Die Testphase ist meinerseits abgeschlossen. Es sind während der ganzen Phase keine besonderen Vorkommnisse in Bezug auf die Software entstanden. Es ist alles innerhalb der mir vorgelegten Parameter geblieben. Es war etwas unvorhergesehen, dass der Kaspar Herold sich auf einer Universitätswebseite einnistet, um sich dort zu generieren. Ich beende hiermit die Testphase nach 14 Tagen und von meiner Seite sage ich mal Test bestanden. Herzlichen Glückwunsch!